Wie stellte Lord Voldemort eigentlich seine Horcruxe her? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um die abscheulichste Art aller dunklen Künste, Horcruxe. Genauer gesagt geht es um die Horcruxe, die Lord Voldemort herstellte und wie er sie genau herstellte. Für jede Hexe und jeden Zauberer gilt, die Herstellung eines Horcruxes ist eine der schlimmsten Arten der Magie. Tatsächlich handelt es sich um eine Form der dunklen Künste, die als so böse und abscheulich gilt, dass absichtlich nie darüber gesprochen wird und wurde und nur sehr wenige Informationen darüber vorliegen. Aus diesem Grund wissen viele Hexen und Zauberer nicht einmal, was es bedeutet, einen Horcrux zu erschaffen. Der allererste bekannte Horcrux wurde im antiken Griechenland von einem Zauberer namens Herpo der Faule hergestellt. Und tausend Jahre später wurde Voldemort erst der zweite bekannte Schöpfer eines Horcruxes. Der erste Horcrux wurde mit einer so schrecklichen Magie erschaffen, dass selbst dunkle Zauberer vor dem, was er beinhaltet, sehr entsetzt waren. Horcruxe sind Schöpfungen, die für die große Mehrheit der Zaubererwelt unvorstellbar sind. Als Voldemort also sieben herstellte, war dies ein klarer Beweis dafür, wie unglaublich böse er war. Um einen Horcrux zu erschaffen, muss ein Stück der eigenen Seele aus dem Körper des Erschaffers entfernt und in einen leblosen Gegenstand oder einem lebenden Wirt eingesetzt werden, um den Schöpfer unsterblich zu machen. Dazu muss der Zauberer, der seine Seele abspalten will, den ultimativen Akt der Gewalt und des Bösen begehen. Mord. Und zwar nicht irgendein Mord, sondern einen vorsätzlichen Mord ohne Bedauern oder Reue. Ein Akt der Selbstverteidigung oder eine Vergeltungsmaßnahme zum Schutz eines anderen führt nicht zu der Fähigkeit, einen Horcrux zu erschaffen. Es muss mit äußerst böser Absicht geschehen, was zu einer metaphysischen Schädigung der Seele des Mörders führt, wodurch sich die Seele spalten lässt. Es ist wichtig anzumerken, dass die Zersplitterung der Seele nach einem Mord dieser Art auftreten würde, unabhängig davon, ob die Hexe oder der Zauberer die Absicht hatte, einen Horcrux zu erschaffen oder nicht. Es ist nur so, dass derjenige, der einen Horcrux herstellen will, die Beschädigung seiner Seele zu seinem Vorteil nutzen kann. In diesem Fall verwendet der Zauberer, nachdem er sein Opfer getötet hat, eine mächtige Beschwörungsformel, um den geschädigten Teil seiner Seele aus dem Körper zu entfernen und sie in ein Gefäß außerhalb ihrer selbst zu tun. Dann führt man ein unbekanntes Ritual durch, um die fragmentierte Seele an ein neues Gefäß zu binden. Was genau geschieht also während dieser beunruhigenden Zeremonie? In Interviews, die J.K. Rowling im Laufe der Jahre gegeben hat, hat sie gesagt, dass das, was sie sich als Ritual für die Erschaffung eines Horcruxes vorstellt, so abscheulich ist, dass sie es nicht einmal laut aussprechen möchte. Die Erzählung im Harry Potter-Universum über die Herstellung eines Horcruxes ist so voller dunkler Natur, dass in der breiteren Zauberergemeinschaft nur begrenztes Wissen über diese Praxis bekannt ist. Albus Dumbledore verbot sogar den Unterricht über das Studium von Horcruxen, als er ein Hogwarts-Schulleiter war. Selbst in den Büchern der verbotenen Abteilung in der Bibliothek von Hogwarts wird die Existenz von Horcruxen kaum erwähnt. Das einzige bekannte Buch, das die Erschaffung, die Auswirkung und die Zerstörung eines Horcruxes detailliert beschreibt, ist ein Buch namens Geheimnisse der dunkelsten Kunst. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde genau dieses Buch in der verbotenen Abteilung aufbewahrt, aber nachdem Dumbledore erkannte, wie detailliert es beschreibt, wie man ein Horcrux herstellt, nahm er es aus der Bibliothek und versteckte es, doch leider erst, nachdem Tom Riddle es gefunden und gelesen hatte. Bleibt immer noch die Frage, was passiert eigentlich genau bei diesem Ritual? Von den Theorien, die ich im Internet gehört habe, halte ich die folgenden Punkte am plausibelsten. Der Mörder muss einen Teil seines Opfers essen. Mit anderen Worten ausgedrückt, das unbekannte Ritual ist Kannibalismus. Für diese Theorie gibt es viele gute Argumente, unter anderem die Tatsache, dass Kannibalismus einfach eklig ist. Aber zum anderen kommt Kannibalismus in vielen literarischen Werken aller Zeiten vor und Rowling ist dafür bekannt, dass sie sich von der klassischen Literatur inspirieren lässt. Natürlich ist da noch das Problem, dass bei keinem von Voldemorts Opfern, die mit der Erschaffung seiner Horcrux in Verbindung gebracht wurden, etwas Auffälliges wie eine Hand zum Beispiel fehlte. Obwohl so mächtig wie er war, ist es nicht ausgeschlossen, dass er in der Lage war, sich von den Eingeweiden dieser Opfer zu ernähren, ohne irgendwelche auffälligen Spuren zu hinterlassen. Eine andere Theorie besagt, dass Voldemort Teile seines eigenen Körpers aufgeben musste, um seine Seele an jeden Gegenstand zu binden. Das könnte erklären, warum sich sein Aussehen verschlechterte, als er mehr Macht erlangte und zusätzliche Horcruxe schuf. Seine Nase war nicht mehr vorhanden und seine Augen wurden zu roten Schlitzen. Vielleicht waren das einige der Körperteile, die er gegen die Unsterblichkeit versuchte einzutauschen. Natürlich können diese Veränderungen auch darauf zurückzuführen sein, dass seine Menschlichkeit im Laufe der Jahre bröckelte und seine Seele zerrissen war. Warum sollte man sich dieser schrecklichen Tortur unterziehen, wenn man nicht gerade ein böser Zauberer ist? Nun, wenn der Behälter einer fragmentierten Seele intakt bleibt, bleibt die Seele am Leben. Für alle Ewigkeit hält der Horcrux ihren Schöpfer am Leben, selbst wenn ihr Körper zerstört werden würde. So überlebte Voldemort auch, nachdem sein Körper bei dem Versuch, die Welt zu zerstören und den kleinen Harry Potter zu ermorden. Und wie wir später in der Serie gesehen haben, hat Voldemort es geschafft, einen physischen Körper wieder zu erlangen, auch wenn seine ursprüngliche Form zerstört wurde. Allerdings ist auch die Stabilität der Seele wieder zu berücksichtigen. Sobald eine Seele gespalten ist, wird sie unglaublich instabil. Ihr könnt euch also vorstellen, wie sehr Voldemorts Seele nach der Spaltung in sieben Teile außer Kontrolle geraten ist. Deshalb brach sie, wie Dumbledore Harry mitteilte, einfach auseinander, als er versuchte, Harry zu töten. Ursprünglich dachte man, dass ein Zauberer seine Seele nur in zwei Hälften spalten kann. Aber Voldemort schaffte es, seine Seele sechs weitere Male zu spalten, obwohl das siebte Mal bei Harry unbeabsichtigt war. Es scheint, dass bei der Erschaffung jedes Horcruxes gleich große Stücke zersplittert werden und wenn man bedenkt, wie instabil der Hauptteil von Voldemorts Seele geworden ist, wird klar, dass man zwar mehr als ein Horcrux erschaffen kann, aber dass es eine endliche Anzahl von Malen gibt, in die man seine Seele zerreißen kann. Zusätzlich zu der Magie, die zur Erschaffung eines Horcruxes verwendet wurde, wurden sie oft mit gegen zaubernden Flüchen belegt, um das Stück Seele im Inneren zu schützen. Das sah je nach Zauber vom Erschaffer unterschiedlich aus. Das aggressive Verhalten einiger von Voldemorts Horcruxen war wahrscheinlich auf verstärkte Magie zurückzuführen, mit der der Dunkle Lord sie verzaubert hat. Das zeigt sich daran, dass Tom Riddles Tagebuch Ginny Weasleys Körper in Besitz nehmen wollte und dass Salazar Slytherins Medaillon seinem Träger giftige Gedanken und Visionen einflößte, um ihn zu verderben und in den Wahnsinn zu treiben. Es gab auch den verfluchten Ring von Marvolo Gaunt, der Dumbledore schließlich getötet hätte, wenn es Snape nicht vorher getan hätte. Etwas Interessantes ist auch, dass die in einem Horcrux gefundenen Seelenteile direkt den Schöpfer zu der Zeit widerspiegeln, in dem der Horcrux erstellt wurde, wie Tom Riddle im Tagebuch. Es ist Voldemorts Seele aus der Zeit, als er 16 Jahre alt war und als er die maulende Myrte tötete, um seinen ersten Horcrux herzustellen. Das Seelenstück ist nicht in der Lage zu wachsen oder zu altern, es ist mehr wie ein Foto deiner Seele zu dem Zeitpunkt, als es erschaffen wurde. Das scheint ein Unterschied zu sein, wenn man einen Horcrux aus einem lebenden Objekt macht. Wie genau ist es bei einem lebenden Wirt? Kann das Seelenstück mit dem Wirt sprechen? Übernimmt es jemals Kontrolle über den Wirt? Ausgehend von Harrys Erfahrung als versehentlicher Horcrux scheint es, dass das Stück der Seele im Schatten des eigenen Geistes existiert, aber auf bestimmte Weise an die Oberfläche kommen kann. Harry hat zum Beispiel seine Narbe, die oft schmerzt und diese schien direkt mit Voldemorts Gefühlen verbunden zu sein. Er hatte auch Voldemorts Fähigkeit, Parselsprache zu sprechen und konnte zeitweise in Voldemorts Geist sehen. Zu den Nebenwirkungen der Erschaffung eines Horcruxes gehören Entmenschlichung, eine instabile Seele und die Fähigkeit, im Tod Frieden zu finden, wie die verstümmelte Kreatur zeigt, der Harry in der Vorhölle begegnet, nachdem er in die Heiligtümer des Todes getötet worden ist. Das bringt uns zur Zerstörung der Horcruxe. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Horcruxe dunkler Zauberer zu zerstören, von denen eine auch dazu führt, dass die Seele wieder vereint werden kann und möglicherweise kann man damit auch die Seele und die Nebenwirkung zu einem gewissen Grad hin heilen. In diesem Fall muss der Schöpfer der Horcruxe so viel Reue für seine Taten empfinden, dass er seine Seele wieder zusammenführt. Offenbar ist dieser Prozess unglaublich schmerzhaft für Zauberer, die ihre Seele gespalten haben. Es ist aber eher ein unwahrscheinlicherer Weg, seine Seele wieder zusammenzusetzen. Es gibt, wie wir wissen, aber auch die Möglichkeit Horcruxe zu zerstören und damit das Teil der Seele des betroffenen Zauberers endgültig zu vernichten. Diese Möglichkeiten sind Basiliskengift, Dämonfeuer und alles, was ein Element absorbiert. Im Laufe der Serie sehen wir, wie Basiliskengift zwei Horcruxe zerstört, Tom Riddles Tagebuch und Helga Hufflepuffs Kelch. Dämonfeuer vernichtet Rowena Ravenclaws Diadem. Das Schwert von Godric Gryffindor, mit dem Harry in der Kammer des Schreckens den Basilisken besiegt und dabei sein Gift absorbiert hat, vernichtet Salazar Slytherins Medaillon, Marvellogons Ring und Nagini. Ausgehend von der Tatsache, dass Harry durch den Todesfluch von Voldemorts Seele befreit wurde, scheint es, dass der Tod einen Horcrux aus einem lebenden Wirt entfernen kann. Obwohl es unklar ist, ob Avada Kedavra Nagini hätte besiegen können oder ob ihr Tod durch eine der oben aufgeführten Waffen hätte stattfinden müssen, also Basiliskengift, Dämonfeuer oder aufgemotzte Waffen aus Koboldstahl, die absorbieren. Allerdings wurde Harry in der Kammer des Schreckens von einem Basilisken gebissen, sodass es nahe liegt, dass der Horcrux in ihm davon betroffen sein könnte oder vielleicht sogar hätte sein sollen. Aber da Harry durch die Träne des Phönix gerettet wurde und nicht starb, scheint es, als sei er völlig unberührt davon geblieben. Ich bin allerdings ziemlich neugierig. Wenn Harry durch Basiliskengift gestorben wäre, wäre dann Voldemorts Horcrux in ihm zerstört worden? Und hätte Harry auf dieselbe Weise zurückkehren können, wie er es in den Heiligtümern des Todes nur ohne Horcrux getan hätte? Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.